Wir frei, Palästina! Wir frei, Palästina! Wir sind hier ein Stichwort für die Palästinien und die Flüchtlinge der Falle. Wir haben einen Stichwort gegen die Kudz-Echtigung und die Menschen in der Mitte. Wir haben einen Stichwort für die Flüchtlinge, die Stichwort für die Flüchtlinge sind. Also ich finde es wichtig, dass mehr Leute über Palästina wissen und sie die Meinung ändern, dass Palästina einfach nur unter Israel bezeichnet wird. Und ich finde, Palästina gehört halt zu uns und nicht zu Israel und das sollte jeder wissen. Und Österreicher sollten uns dabei helfen, dass sie nicht mehr Israel unterstützen. Wir sind hier heute, weil wir wollen die Israel-Aggression auf Palästina stoppen. Was passiert letzte Woche, an der Al-Aqsa Mosk in Jerusalem, 500 Menschen getötet, getötet, von den Israel-Akupationen Fortsen. Und nachdem sie die Gaza-Aggestin haben. Also wir hier in Österreich wollen, dass die Regierung der Österreich-Aggestin stoppen, die Israel-Aggestin nicht zu unterstützen. Wir sagen, dass wir hier in der Lage sind, dass die Israel-Aggestin-Aggestin ist, dass die Israel-Aggestin-Aggestin ist, dass die Israel-Aggestin-Aggestin-Aggestin ist. Wir gehen an. Wir haben die Veränderung in Deinna mit dem Masjid der Ackstattel und dem Masjid der Ackstattel. Wir sind mit Fälsstein, Gott sei Dank, mit dem Masjid der Ackstattel. Wir sind die Israel-Akstattel. Wir sind immer noch immer Angst und Angst. Wir sind immer hier und vor uns im Hintergrund. Wir wollen nicht mehr zufrieden. Wir haben nicht mehr gemacht, jede Zeit die Menschen zu schützen, die wir nicht mehr gemacht haben. Der Macht ist schminklich, ich werde umgebringt, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017